In Japan gibt es eine Handwerkskunst, die sich Hintsugi nennt. Und hier werden, wenn du eine Keramikschale hast oder ein Gefäß hast, das zerbrochen wurde oder zerschlagen wurde, die einzelnen Scherben wieder zusammengeklebt. Aber in den Kleber wird feiner Gold- oder Silberstaub eingefügt, so dass am Ende, wenn die Schale wieder ganz ist, die Risse besonders hervorstechen, auf eine sehr, sehr schöne und harmonische Art und Weise. Und gerade diese Risse machen die Schale dann zu dem Kunststück, das sie am Ende geworden ist. Und wenn du dir mal deine zerbrochene Beziehung, eine Partnerschaft, geschäftlich, privat, freundschaftlich, was auch immer anschaust. Du hast einen Scherbenhaufen vor dir. Was machst du jetzt damit? Vielleicht bist du in dir ein Scherbenhaufen oder du fühlst dich wie ein Scherbenhaufen. Und du kannst jetzt natürlich die Scherben wegschmeißen, du kannst sie, was auch immer machen. Aber wenn du das Ganze mal anschaust unter diesen Gesichtspunkten, was passiert denn, wenn du es schaffst, Gold einzuweben in diese Scherben und die Scherben am Ende wieder zusammenzufügen? Dann ist diese schmerzhafte Erfahrung, die dir wieder erfahren ist, am Ende das Besondere an dieser ganzen Keramik, an diesem neuen, prachtvollen Kunstwerk, das du eigentlich selber geschaffen und kreiert hast. Und was bedeutet das jetzt für dich nach einem Breakup, wenn etwas in die Brüche gegangen ist? Erstmal, was macht denn eine Trennung so schmerzhaft? Einerseits, ja, es passiert emotional, körperlich, energetisch etwas. Das haben wir uns im letzten Video angeschaut, darauf gehe ich jetzt nicht mehr ein. Eine andere Sache, die aber wahnsinnig essentiell ist, ist alles, was auf Identitätsebene passiert. Eine Beziehung bedeutet im Endeffekt, dass wir zahllose Assoziationen und Projektionen darauf haben. Wir projizieren eine ideale Zukunft, die wir uns ausgemalt haben. Und die Beziehung ist auf einmal diese perfekte Zukunftsvision. Aber diese Zukunftsvision ist nichts anderes als eine Projektion unseres Verstandes. Sie ist nicht die Realität. Es ist nicht so, dass tatsächlich dieses reale Ding jetzt weg ist. Klar, teilweise. Aber der Aspekt oder dieser Anteil der Projektion war nichts anderes als ein Gedankenkonstrukt. Das jätteste am Breakup ist also gar nicht unbedingt, dass du die Person loslassen musst, sondern dass du alle Zukunftsvisionen, die du auf diese Person projiziert hattest, auf einmal loslassen musst, weil die Person war damit verwoben, mit diesem Lebensmodell. Sei es, wie du dich fühlst, sei es, was ihr gemeinsam macht oder wie auch immer. Aber in diesem Prozess, in dem du diese imaginäre Vision, die du auf diese Person projiziert hast, mit dieser Person loslässt, schaffst du gleichzeitig ein mehr an unendlichen Möglichkeiten, an unendlich vielen Wegen, die du ganz bewusst verfolgen kannst und eine Vielzahl an Lebensalternativen oder Möglichkeiten, die du jetzt für dich erschließen kannst. Wenn du das siehst, dann siehst du einerseits, hey, du warst mit allerhöchsten Wahrscheinlichkeit erstens in einer Illusion und zweitens, wenn du wirklich ehrlich zu dir bist, hast du jetzt viel mehr Möglichkeiten, als du zuvor hattest. Es sind andere Möglichkeiten, als du sie dir träumen könntest, aber du hast einfach mehr Möglichkeiten. Und jetzt die Frage an dich. Weißes Blatt Papier, du kannst draufschreiben, was du möchtest. Was schreibst du für dich drauf? Als nächstes deine Identität. Du hast auf die eine oder andere Weise dich mit dieser Partnerschaft, mit dieser Beziehung, mit dieser Person identifiziert. Mental, emotional, körperlich und noch tiefer. Und jetzt, genauso wie in jedem anderen spirituellen Prozess, wie es auf vielen verschiedenen Bereichen im Leben passiert, geht es eben darum, diese Identität aufzulösen. Was du machen kannst, hatte ich schon im letzten Video zum Thema besprochen. Du kannst einfach hier klicken und dir das Video anschauen, wenn du da nochmal eintauchen möchtest. Aber am Ende des Tages, du musst diese alte Identität loslassen. Du musst mit der Vergangenheit abschließen. Und damit kommen wir schon zum nächsten Punkt. Äte wäre wenn. Warum? 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 Wenn du in diesem Zustand bist von wegen, Mensch, warum ist es nicht so gelaufen oder hätte ich doch oder kann ich es noch irgendwie vielleicht retten und Mensch, es wäre so toll und es war einfach perfekt und es hätte so viel bringen können. Die ganzen Geschichten. Was du hier machst, ist, du gehst auf den Friedhof und du krebst alte Leichen aus. Weil, wenn du an den Punkt gekommen bist, wo es klar ist, dass es vorbei ist, dann versuchst du wirklich einfach Leichen auszugraben, Dinge herzustellen, die eigentlich schon tot sind. Und ob sie tot sind, ist ein anderes Thema, das es herauszufinden gilt. Aber sobald es einfach nüchtern betrachtet vorbei ist, bringt es nicht nochmal Leichenflederer zu spielen. Selbst in der Bibel steht, lass die Toten die Toten begraben. Wenn du das mal auf diese Situation umgünst. Die Toten sind tot. Es ist vorbei. Und es bringt dir nichts, dich damit noch zu beschäftigen. Und die Frage ist jetzt für dich, was kannst du machen, um weiter nach vorne zu gehen? Was kannst du machen, um dich aus dieser Misere herauszuholen und weiterzuentwickeln? Und wenn du in der Misere versinkst, damit tust du auch niemand anderem was Gutes. Also das Beste, was du für dich machen kannst und für die gesamte restliche Welt, ist zu schauen, okay, wie kann ich mit mir selbst klarkommen? Und wie kann ich nach vorne besser vorangehen, als es zuvor war? Und wenn du jetzt nach vorne gehst, mal Hand aufs Herz. Woher weißt du bitte, dass es schlecht ist, dass dieser Prüf stattgefunden hat? Ich will es gar nicht klein spülen und ich weiß, es ist ein Schmerz. Ich weiß, es war innig und so weiter. Und vielleicht auch tragisch. Aber woher weißt du wirklich, also wirklich Hand aufs Herz, woher weißt du, dass es schlecht ist? Vielleicht ist es viel besser so. Und du weißt ja niemals, wo du hingekommen wärst auf diesem alten Pfad, tatsächlich. Und wo du dich jetzt dieser Bruch auf einmal hinbringst. Und in jedem Fall, du kannst diese Erfahrung jetzt nehmen als etwas, was dich zugrunde richtet, was dich nach unten drückt. Oder du kannst schauen, okay, ich habe eine extreme Erfahrung, die ich gerade mache. Was kann ich daraus lernen? Was kann ich lernen einerseits aus diesen extremen Hilfen, Emotionen? Und was kann ich auch aus der Vergangenheit lernen, was ich in der Zukunft besser machen kann, um anders gegebenenfalls durch diese Welt zu navigieren? Und wenn du dich wirklich auf diese Frage einlässt, weißt du, ob es nicht vielleicht besser war für alle Beteiligten und besonders auch für dich, als wenn es anders gelaufen wäre. Wenn du da mal drauf schaust, du weißt es nicht, du weißt es natürlich nicht und wir haben generell eigentlich ziemlich wenig Ahnung über unser Leben und über unser Schicksal und die gesamte Existenz. Und das zeigt dir eigentlich nur, oder du kannst es wirklich als einen riesigen Spiegel betrachten, der dir aufzeigt, was für ein krasses Märchenschloss du dir aufgebaut hast. Wie viel Abhängigkeit deines inneren Zustandes du dem Äußeren gesucht hast. Auch wenn wir oftmals denken, wir ruhen in uns und so weiter. Dann kommt sowas, was reingrätscht in dein Leben und auf einmal zeigt dir der große Spiegel, ne, 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 ne. Hier warst du noch in der Illusion drin. Hier hattest du ein riesiges Märchenschloss, eine Seifenblase aufgebaut und hey, die Seifenblase ist verpufft. Das Märchenschloss war gar nicht real. Wunder was. Und wir sehen sowas halt nicht, wenn es dann bis zu dem Punkt, an dem es dann eben soweit ist. Und deswegen nutzt es auch als eine Möglichkeit, als eine schwere, als eine grausame Möglichkeit des Realitätschecks. Und das ist tatsächlich das, was dir jetzt im Endeffekt Klarheit gibt, die du zuvor vermutlich nicht hattest. Und klar, es ist immer einfach zu sagen, ja, ich sehe das, ich verstehe das. Aber wenn du dann in so einer Situation bist, wo wirklich das Messer auf deiner Kieler liegt und du unter Wasser bist, dann wird es sich anders anfühlen. Und dann wirst du Dinge wahrnehmen, die du vielleicht zuvor nicht erwartet hättest. Und schau einfach mal drauf und nimm das wahr als eine Möglichkeit, in dich zu gehen, zu reflektieren und zu sehen, okay, da bist du gerade wirklich. Natürlich willst du da sein und du möchtest dir lieber woanders hingehen und dann dementsprechend deinen Weg zu justieren. Und wo wir gerade beim Justieren sind, der nächste Punkt, den du hier mitnehmen kannst, ist, wie möchtest du denn Beziehungen tatsächlich gestalten? Jetzt, wo du nach vorne gehst, wo du die Asche hinter dir gelassen hast, wo du ein neues Leben hervorsprießt, wie möchtest du deine zerbrochene Vase zusammensetzen für die Zukunft? Magst du ein neues, zerbrechliches, abstruses Konstrukt erstellen oder magst du es dieses Mal schöner, schlauer, ästhetischer machen? Und eine große Frage ist, wie siehst du denn überhaupt Beziehungen? Siehst du Beziehungen als etwas, wo du ein Bedürfnis erfüllst, wo du vielleicht ein inneres Loch stopfst, das anschließend nur größer wird oder ein neues Loch auftritt? Oder kannst du vielleicht eine Beziehung sehen als ein gemeinsames Vehikel, das zwei Personen konstruieren, um gemeinsam einen bestimmten Weg zu beschreiten, um gemeinsam zu wachsen? Und andererseits kannst du eine Beziehung vielleicht auch als einen warmen Ort sehen, in dem du nicht nimmst, sondern in dem du schaust, okay, was kann ich denn beitragen zu dieser Beziehung? Und wenn du eine Beziehung hast, wo beide Personen in diesem Mindset sind, die schauen, okay, was kann ich denn hier beitragen zu diesem gemeinsamen Vehikel, zu unserer gemeinsamen Zeit zu sammeln? Dann wirst du auch viel eher dafür sorgen, dass die nächsten Beziehungen, die folgen, ganz anders ablaufen, als was in der Vergangenheit passiert ist. Und du kannst auch jetzt hier wieder reflektieren, okay, wo habe ich denn nicht so gehandelt? Wo habe ich denn versucht, meine Bedürfnisse zu stillen? Wo habe ich denn nicht gegeben, obwohl ich es eigentlich hätte geben können? Und was hat das vielleicht auch beim Gegenüber ausgelöst? Und wo habe ich mich irgendwo in die Sackgasse gebracht? Wo haben wir ein unterschiedliches Vehikel versucht zu konstruieren? Die eine Person hat vielleicht Flügel angebaut, die andere Person hat Räder angebaut. Du hast hier so viele Möglichkeiten, um einerseits zu sehen, okay, was ist in der Vergangenheit passiert? Wollte ich das? Und wenn nein, was kann ich machen, um in der Zukunft nicht das gleich wiedergeschehen zu lassen, sondern in der Zukunft etwas Stabileres, Langfristigeres aufzubauen, das nicht nur robust ist, sondern auch mir als Wesen dieser menschlichen Erfahrung die Möglichkeit gibt, zu wachsen, nicht weiterzuentwickeln und gleichzeitig auch der anderen Person zu helfen, das Gleiche zu tun, anstelle zu schauen, okay, was kann ich denn hier bekommen? Oder was sind diese unausgesprochenen Bedürfnisse? Keiner redet darüber, die ich bewusst oder unbewusst versuche zu stillen. So viel zu diesen Möglichkeiten, die du hast, um aus einem Scherbenhaufen eine funkelnde, goldene Vase zu machen. Lass mich wissen, was du denkst. Und wenn du in einer ähnlichen Situation bist oder dich generell tiefer zu dieser Thematik austauschen möchtest, dann lass uns gerne mal unterhalten dazu. Du findest einen Link neben dem Video. Mach gerne einen kurzen, kostenlosen Call aus mit mir. Ich freue mich, von dir zu hören. Und abonniere den Kanal. Drück auf den Like-Button. Das Ganze hilft dem Algorithmus, der mittlerweile echt hart umkämpft ist hier in diesen Online-Szenen. Ich freue mich, auf jeden Fall von dir zu hören. Ich wünsche dir alles Liebe, viel Erfolg auf deinem Weg und auf bald.